Auf zu einer neuen Aufnahmen-Session von Satisfactory in Update-Vum. So, hab ein bisschen Aufnahmen gemacht. Ein paar Wege gebaut. Eine Festplatte habe ich noch geholt. Dann können wir mal gucken, was die jetzt ausspuckt. Platten und Schrauben macht 3 Stück. Teile, äh, verstärkte Platten. 6, 12, 1, okay. 18, 50, 3. Ist aber teuer. 15 pro Minute. 5 pro Minute. Ich nehme das Rezept, glaube ich. Das brauchen wir nicht unbedingt. Verdichtete Kohle. Nehmt das da. Produktionstechnisch, glaube ich, ein bisschen besser. So, gucken wir mal. Was können wir denn hier noch? Ich hätte gerne eigentlich... Mies. Guck mal, jetzt... Hier. Da brauchen wir 100 Rahmen. Das ist ein bisschen viel. Da brauchen wir schon die schweren Rahmen. E-Gen-Organe. Da brauchen wir 100 Rahmen. Die Position habe ich gerade erst umgestellt. Was kommt denn da aus? Weiß ich keine Ahnung. Amizel. Das können wir mal machen. Da haben wir, glaube ich, alles da. Zählen und... Machen wir doch jetzt hier. So. So. Ist halt... Ja. Wir werden das Schrauben-Rzept nicht so schnell kriegen. Den bauen ist, glaube ich, nicht so einfach. Äh... Müssten wir uns jetzt schwer für Schaden schaffen. Aber gut. So. Pass auf. Wir werden jetzt heute... Mal gucken, dass wir hier die Schrauben-Produktion das Zeug vorwärts kriegen. Seiten in der einen Mem... Äh... Die eine Festplatte können wir uns vielleicht noch mal gucken. Mal gucken, ob wir die kriegen. Halt da lang. So. Ich hätt' jetzt noch eine Festplatte gesehen. Die wir uns vielleicht holen sollten. jetzt haben wir ein bisschen getogen wieder und dann können wir mal probieren die kürze beton ich glaube 2 Zwei Fundamente. Jetzt biege ich gerade mal diese Höhe her, ne? Windbahnhof meine. Was? Die kommen doch nicht ran nach oben. So, gucken wir mal. Denn da hinten habe ich noch ein paar Platten gesehen. Mal gucken, ob wir reinkommen. Wenn ich jetzt schon rüberfangen kann. Schöne Ecke. Das da vorbauen, dann müssen wir da eigentlich auch da hingehen, wo wir mal hin wollen. Harvest hit. Ja, ist okay. Machen wir mal nix. Das war ein Aufräumen hier. Wir verfolgen uns ein Eisen. Zwei Stück. Alles klar. Ach, da war das Rügel vor mir. Okay. So, jetzt mal gucken, da unten liegt eine Festplatte. Ich glaube, da oben auch eine. Da unten holen wir uns jetzt mal. Was ist die denn? Da. Und wenn ich mich hier höre, ist da irgendwann einer. Das heißt, wir müssen jetzt erst mal hier runter. Nehmen wir den. Hoffnung, dass er mal im Gips vorbeikommt. Und vor allem sollte man gucken, ob wir Features sind. Da sind sie schon aufgeplopst. Da ziehe ich mich auf. Wenn du es aufbegrenzt. Der Wahnsinn. Das hätte es wieder fast geklappt. Nee. Ähm. Nehmen wir den noch mal. Gummina, wunderbar. Das hat sich jetzt auch gelohnt. Das hat sich gelohnt. Komm her. Das ist ein bisschen blöd. Das haben wir noch nicht. Gut. Okay. Dann wissen wir aber schon mal, was wir hier brauchen. Und da oben ist nämlich auch noch einer. Schauen wir mal, ob man da jetzt reinkommt. So. Hmm. Ist das blaue da? Meiner weiß es nicht. Hm. Und die würde ich mir jetzt da mal durch die Nagel reißen. Ja. Ist das noch eine lila Schnecke? Ja. Muss das doch eigentlich sein, ne? Ja. Da, 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 da. Ja. 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 gleich stück gleich ich habe aber glaube nichts zu essen aber einer eher schlecht nicht gut gar nicht gut auch gleich drei bitte aber da bin ich wieder nie das wollen wir nicht wo ich denn damit angefangen da habe ich die gesetzt dann brauchen wir schon mal anfangen und dann muss ich noch mal wieder mit und dann ich nicht ich 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 da wird man nicht umsonst laufen so hinter das auto oder ganz falsch stehen das ist die frage ziehen wir den jetzt da lang ziehen wir den strom dahinten mal kommen hier ich traue mich hier lang ziehen weil da hinten brauchen wir sowieso nach das beton wieder nicht reichen wir holen mal das kabel ist natürlich blöd jetzt auf der anderen seite haben stehen lassen warte mal wir bauen ein bisschen runter dann holen wir uns das ding dann gibt mir her das letzte stück von hand ok das auto erholen und dort gleich den weg verbreitern der steht wieder ganz gut den haben wir wohl noch mal umsetzen dürfen ist reicht niemals bis dahin schade schade kein strom mehr ziehen ich habe es mir fast gedacht komm ich jetzt nicht runter ich komme runter geht doch ganz einfach ich komme jetzt hier bloß wieder nicht hoch habe ich noch genug dabei ja komm ein bisschen schwefel nehmen wir gleich mit und ruf da hier hinten sind wir noch ein ganz schönes stück bauen müssen hier hinten sind wir noch ein bisschen schwefel kommen wir jetzt wieder nicht hin das geht jetzt sowieso gerade nicht ich glaube wir sollten dann andersrum fahren da bin ich ein bisschen kürzer hätte glaube ich sind so zack das war mal oder drei für mich sehr gut ich muss echt gucken dass wir langsam mal die züge kriegen ein stück war hier nicht irgendwo noch ein verrack das haben wir glaube ich schon das haben wir uns glaube ich schon mal das haben wir uns das war auf da 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 Untertitelung des ZDF, 2020